Liebe Kunden, Ihr Feedback ist uns sehr wichtig. Deswegen möchten wir Sie einladen, unsere Leistungen auf Immobilienscout24 zu bewerten oder uns eine Mail mit Ihrer Einschätzung zu schicken. Wenn Sie mit Immokonzepte zufrieden waren, freuen wir uns über eine Empfehlung und viele Sterne von Ihnen. Ihre Empfehlung wird uns zu weiteren Bestleistungen motivieren und zeigt, dass wir unserem eigenen Qualitätsanspruch gerecht werden. So geben Sie eine Bewertung bei Immobilienscout24 ab. Zehn Tage nach Ihrer Kontaktaufnahme erhalten Sie eine Mail von Immobilienscout24. Der beigefügte Link führt Sie zu einer Bewertungsseite. Bewertet werden können Der Informationsgehalt des Exposés Unsere Erreichbarkeit Die Beratung Und ob die Immobilie so ist, wie im Exposé beschrieben. Außerdem können Sie Immokonzepte weiterempfehlen. Und wenn Ihnen doch einmal etwas nicht so gut gefallen hat, helfen Sie Immokonzepte mit Ihrer Bewertung ganz bestimmt daraus zu lernen und noch besser zu werden. Das ist eine Bewertung. оф Bis zum nächsten Mal.